Set! Der hat ein bisschen Gas rausgenommen hat auf der Gegengeraden. Es geht auf die letzten 100. Jetzt können euch die Jungs voll hören. Malik Csakitee. Ehammer muss kämpfen. Malik Csakitee. Und wow, tolle Bestleistung für Malik Csakitee. Und 46,77 Meter Rekord. Schneller als Kai Kaczmirek 2019. Malik Csakitee. Mehr als eineinhalb Sekunden schneller als seine alte Bestleistung. Wahnsinn! 47,67 Meter. Deutliche Bestleistung auch für Marcel Maier. Ja! 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 Ja!